Hallo Freunde willkommen zurück zu einer weiteren Folge Resident Evil. Ja ich habe jetzt eben das Passwort eingegeben. Ich habe mal meine ganzen Sachen die ich mir mal aufgeschrieben habe durchsucht und habe da so ein Zettelchen mit ein paar Passwörter für das Spiel gefunden für so gewisse Sachen. Also keinen Cheatcodes sondern für das Spiel die relevant sind. Und da habe ich gerade mal ein bisschen rum probiert welches jetzt das richtige ist. Und ja, aber Zell, C, E, L, L war richtig. Und habe jetzt hier oben die Tür geöffnet. Oh, da liegt ja noch was. Eine Mode ist, nehmen wir natürlich mit. Eine Heilung, nehmen wir natürlich auch mit. Und Schrottmonition, nehmen wir natürlich auch mit. So, wir legen mal Werbematerial zu den bio-organischen Waffen der Umbrella Corporation. M-A-39, Cerberus. Ah, den haben wir schon getroffen. Neptun haben wir auch schon getroffen. Äh, ja. Die Bistviecher, auch den Hunter. T-002 Tyrant. Den treffen wir noch. Bio-organische Waffen von Forschungsgruppe. Entwicklungsteam. Äh. 8, 4, 6, 2. Ok. Äh, ne. Äh, ne. Oh, geht ja doch. Äh, ne. So. Was haben wir denn hier? Laborschlüssel mitnehmen. Ja, der ist, der ist. Eine Art Gerät zur Bildbearbeitung. Wahrscheinlich können Sie damit Kenneths Film ansehen. Film ansehen? Natürlich. 博ier insane Wobei meineह哥 war, nein! uğ$%&%%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&&%&%&%&%&%&%&%&% &%&%. mold coverage der gestorben ist so wie ich finde ich hektisch und das ist doch hier noch okay hier ach ja das ist da wo wir noch nicht weiterkommen hier ist ja immer noch was m das auch noch was ich würde gerne wissen was am Labor noch liegt hier ist immer noch irgendwo was was ist hier noch d hat gerät wahrscheinlich können sie denn mit nicht und wir sind auch nicht aufgereiht hier scheint es nicht das Spiel nicht doch wohl naja dann nicht d d d ja wir legen mal immer ab und ab und ab und ab und ist So, was legen wir ab? Ich würde sagen, einmal Heilung. Einmal Heilung reicht doch. Fürs Erste. Bis jetzt. Einmal-Disk? Mitnehmen! Oh, jetzt haben wir noch mehr Platz. Wie war das denn jetzt hier? Was war das denn? Das klingt schon wieder sehr, sehr witzig. Warte mal, wo kommen wir denn da hin? Da rein, da rein, da rein. Ne, da müssen wir ja noch nicht hin. Wir müssen uns merken, wir müssen gleich hier hin. Drei Schuss! Umsonst. Äh, what? Theopetisch ist voller Blut. Das Blut sieht nicht aus, als käme es von einer Operation. Hey! Motherfucker! Ach, hier ist ja alles. Okay, aber... Ja, in einem Raum davor ist die nix. Was ist denn nur los hier? Da gehen wir mal da durch. Okay. Oh! Ein Bett Trip, natürlich, nehmen wir das mit. So als... Ach, wir sind auf der anderen Seite. ein übertragungsgerät sicherheitssystem einer modus könnten sie das können ja egal so ich glaube es ist egal welches die übertragungspassel scheint freigestellt dass wir hier alles aktivieren wir die zwei Hebel schon mal haben und dann nicht so viel die da lang so Gut, dann haben wir das schon mal. Wie viel Schuss haben wir noch? Drei. Zwölf Schuss noch. Drei Schuss pro Viech. Ich erleck's mir um euch. Dimm, 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 dimm. So. Wie ging das jetzt? Wir müssen noch eine Modedisk finden. Ach ne, da waren wir ja. Ah, ist nicht zugerostet. Ach ja, da ist ja der Aufzug. Anscheinend gibt es keine Stromzufuhr. Safe Room. Oh, Munition. Ja, jetzt haben wir ein paar Schuss mehr. Verband mitnehmen. Eine alte Schreibmaschine. Sie kennen ihren Fortschritt speichern. Nein, das möchte ich jetzt noch nicht. Heißpray, heißpray, heißpray. So. Boop, 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 boop. So. Haben wir hier alles? Natürlich nicht. Irgendwas liegt hier noch rum. Und zwar... Und zwar... Hm... Granators. Müssen wir halt auch mal alles ausrüsten, weil... Es geht halt los. So. Ähm... Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Oh, daneben. Ich würde sagen, wir müssen eigentlich alle hier vorne, hier vorher schon... vorher schon erledigen, weil... Mistvieh. Zwei Schüsse. Umsonst. Weil wir... Wenn wir... Dann hier sind... Wenn wir dann hier wieder herkommen... Ist die jetzt leer? Ah, gut. Sobald die voll ist... Haben wir das Problem... Wenigst dürfen rennen. Weil wenn wir rennen tun... Wir machen Boom. Aber... Wir müssen noch was anderes machen. Erstmal... Gibt's ja nur eine Tür, ne? Ja. Erstmal... Die letzte Mal ist es noch. Äh, nix. Falsche Tasche. Oh, nein. So, damit haben wir auch die letzte... Die Übertragung des Pasco Schott freigeschaltet zu haben. Ja... So, damit haben wir... Yes. Das... Esbar hat anders sein. Chööö! Puhu. Bayaconda. So und so. Ja, was liegt denn hier noch? Ey, lass mich runter. Was wollte der mit mir? Wir gucken mal, was da hinten ist. Vielleicht finden wir ja noch Schrotflintenmunition. Äh, nein. Ich würde sagen, wir heilen uns mal. Ach so, hier kommen wir ja noch mal. Oh. Ey, Kollege, er löschte da lang. Ganz schön, Polistolen-Munition. Ey, wie viel kommt denn noch von euch? Äh, kommt schon. Bäh, 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 bäh. Ganz schöne Plage. So, Freunde, aber, das war's schon für heute. Die Folge ist vorbei. Wie es weitergeht, erfahrt ihr dann morgen. Und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht was draus. Macht's gut. Und schausen.